Ihr habt es gerade gesehen, der Notarzt in Siegburg. Ihr seid hin in der Nähe von der Feuerwache am Zebrostreifen. Lag leider ein Mann auf der Straße, eventuell wieder angefahren worden. Polizei, RTV Notarzt vor Ort. Wie gesagt, nicht nur in Trostorf, sondern hier wäre ich auch schon fast abgefahren worden. Wie gesagt, es interessiert die Leute nicht mehr den Zebrastreifen. In Zukunft werde ich wahrscheinlich nur noch die Nummernschilder fotografieren. Und dann ab zur Polizei oder was soll man sonst machen.